Hallo, willkommen bei Mahni, Finanzen kann jeder. Heute präsentiere ich euch mal eine Wunschanalyse eines Zuschauers. Mittlerweile bekomme ich immer häufige Anfragen, bestimmte Unternehmen zu analysieren. Das mache ich natürlich gerne, wenn ich Zeit dafür finde. Ihr müsst aber verstehen, dass ich erst einmal zusehen möchte, dass ich mein Depot ordentlich aufbaue. Und dazu muss ich mir viele Unternehmen anschauen, die ich für interessant halte. Da muss ich noch auf Branchen, Länder, Währung und so weiter achten, da ich das Depot breit in jede Richtung aufstellen möchte. Das dauert alles etwas. Denn so eine Analyse und das Herstellen der Videos verschlingt sehr viel Zeit. Dennoch möchte ich jetzt schon hin und wieder, wenn ich Zeit finde, euren Wünschen entgegenkommen. Später, wenn das Depot aufgebaut ist, kann ich das öfters machen. Aktuell leider nur hin und wieder. Aber ich nehme mir die Zeit, wenn ich es schaffe. Heute ist so ein Tag, wo ich mir die Zeit für so eine Analyse nehmen kann. Ich wurde gebeten, mir die Medical Properties Trust anzusehen. Beim ersten drüber gucken sah die Firma nicht schlecht aus. Zumindest so gut, dass ich selber interessiert bin, zu erfahren, was hinter dem Unternehmen steckt. Und deshalb schaue ich mir die Firma Medical Properties Trust jetzt mal genauer an. Eventuell ist die Aktie ja was für mein Depot oder zumindest für die Watchlist. Viel Spaß mit der Analyse. Bevor wir mit der Analyse anfangen, will ich kurz die Firma vorstellen. Das Unternehmen Medical Properties Trust ist ein sogenannter WIDE, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von vermieteten Gesundheitseinrichtungen spezialisiert hat. Dazu gehören diverse Kliniken wie regionale und überregionale Akutkliniken, Ambulanzen, Orthopädie, Krankenhäuser und Herzkliniken. Sie stellen Betreibern dieser Einrichtung durch langfristige Mietverträge Kapital für Neuanschaffung, Renovierung und Erweiterung zur Verfügung. Weitere Aktivitäten des Trust sind das Management von Immobilienunternehmen sowie der Erwerb von Gesellschaften im Gesundheitsbereich. Hauptsitz ist übrigens Birmingham in Alabama, USA. Insgesamt hat die Firma gut 425 Anlageobjekte mit über 44.000 lizenzierten Betten in neun Ländern. Schwerpunkte sind hier vor allem die USA und Westeuropa, vor allem England mit über 40 Objekten. Aber auch in Deutschland haben sie so einige Gebäude, wie die Orthopädische Klinik Köln, Arthos Klinik Heidelberg, Therapiezentrum Haus Remscheid, Klinik Berlin, Klardorf und so weiter. Allein in Deutschland sind es über 80 Objekte. Der größte Teil ihrer Immobilien sind allgemeine Akutkrankenhäuser, nämlich über 72%. Daneben noch 10% stationäre Rehabilitationskliniken und 8% verhaltensmedizinische Einrichtungen. Der Rest verteilt sich dann auf sonstige Sachen. Das Erste, was mir bei der Recherche aufgefallen ist, Medical Property Trust arbeitet oftmals mit Netto-Mietverträgen. Das heißt, dass der Mieter die meisten mit der Immobilie verbundenen Kosten trägt. Der Mieter zahlt also neben den Mietkosten auch die Kosten für zum Beispiel Renovierung, Umbauten und so weiter. Außerdem schließt Medical Property Trust hauptsächlich langfristige Mietverträge ab, die fast alle in den nächsten Jahren nicht nachverhandelt werden müssen. Lange Mietverträge sind schon mal nicht schlecht. So, genug erzählt. Fangen wir jetzt mal mit der Analyse der Aktie an. Als erstes die Langzeit-Charts. Hier interessieren mich als Langfrist-Investor vor allem die Trends und Widerstands- bzw. Unterstützungsbereiche auf lange Sicht. So, als erstes der Milliardischart. Anfang 2018 startete eine recht dynamische Aufwärtsbewegung von knapp 10 Euro aus. Die brachte die Aktie bis auf gut 22 Euro. Dann kam Corona und die Aktie fiel sehr schnell auf 11 Euro zurück. Von dort aus begann im Frühjahr 2020 der aktuelle Aufwärtstrend, der die Aktie bis auf 18,67 Euro im April führte. Dann begann der Konsolidierungsprozess, der bis heute mit tieferen Hochs und tieferen Tiefs noch nicht abgeschlossen ist. Aktuell bewegen wir uns auf einem Niveau, das wir zuletzt Mitte 2019 gesehen haben. Nimmt man die letzte große Aufwärtsbewegung, so kämpft der Kurs aktuell mit der 78,68 Fibonacci Linie bei 17,06 Euro. Diese unter und überschreiten wir seit ein paar Wochen immer wieder. Dazu gleich mehr im Jahresschart. Da wir uns in einem langfristigen Aufwärtstrend, einem übergeordneten Abwärtstrend und zusätzlich in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, der allerdings im Frühjahr nach unten durchbrochen wurde, befinden, kann ich hier 6 Punkte vergeben. Kommen wir zum Jahresschart. Hier sehen wir die aktuelle Situation ein wenig genauer. Der Kurs ist aktuell in einem recht engen Band zwischen 13,80 Euro und 18,67 Euro gefangen. Dabei hat sich ein Aufwärtstrend gebildet, der im April 2020 startete. Vor ein paar Wochen ist dieser nach unten durchbrochen worden. Seitdem bewegen wir uns recht orientierungslos in einem engen Bereich zwischen 16,80 Euro und 17,55 Euro. Dieser Bereich liegt um die 78,06 Fibonacci Linie. Sollten wir nach unten laufen, so finden wir hier erst einmal horizontale Unterstützung im Bereich von 16,80 Euro, wo dann zusätzlich die Unterseite eines Aufwärtstrends verläuft, der Ende letzten Jahres begann. Sollten diese Unterstützung nicht halten, dann kann es bis zur 61,8er Linie bei 15,80 Euro runtergehen. Nach oben warten erste Widerstände bei 17,54 Euro auf uns. Dann folgt die obere Linie des aktuellen kurzfristigen Aufwärtstrends, der im April begann. Bei 18,00 Euro verläuft außerdem noch der obere Bereich des übergeordneten Abwärtstrends. Weitere horizontale Widerstände und zum Schluss die zwischenzeitlichen Hochs bei gut 18,60 Euro. Sollten auch diese Widerstände fallen, dann wäre der Weg bis zu den Vor-Corona-Höchstständen bei 22,00 Euro frei. Wir bewegen uns außerdem aktuell unterhalb der 200-Tageslinie, die bei 17,60 Euro verläuft. Da wir uns hier in einem mittelfristigen, vor kurzem gebrochenen Aufwärts- und in einem aktuell kurzfristigen Abwärtstrend befinden, was aber aktuell keine tieferen Tiefs generiert, kann ich hier 5 Punkte vergeben. Nun zu den Bollinger-Bändern, die eher für die kurzfristige Betrachtung interessant sind. Das Bollinger-Band wird aktuell etwas enger. Die Volatilität nimmt ein wenig ab. Das untere Band bewegt sich, wie das obere, leicht nach oben. Wir befinden uns über der 20-Tageslinie und kurzfristig hat der Kurs das Band kurz nach oben geschlagen. Aktuell laufen wir, aber nach unten gerichtet, wieder zurück. Hierfür kann ich 7 Punkte vergeben. Als nächstes die Stochastik. Die Stochastik zeigt aktuell kein eindeutiges Bild. Der obere Bereich ist fast genauso weit entfernt, wie der untere. Wir kommen gerade vom oberen Bereich zurück, haben aber eine Richtung nach unten eingeschlagen. Dafür kann ich 5 Punkte vergeben. Kommen wir zur nächsten Seite. Auf dieser Seite nehme ich die externen Firmenbewertungen auf. Hier finden wir den Piotrowski-Wert. Der liegt bei 6 von 9 Punkten. Der Wert bestimmt die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Da wir die mindestens 5 Punkte erreicht haben, kann ich hier 2 mal 2, also 4 Punkte geben. Bei Moody's Analystik Risk Score gibt es 7 von 10 Punkten. Der Wert bietet eine auf ein Jahr in die Zukunft gerichtete Messgröße des Kreditrisikos. Bei der Risiko-Chance-Bewertung erhält das Unternehmen 1 von 5 Punkten. Da ich hier den Wert mal 2 nehme, vergebe ich 2 Punkte. Nun zu den Analysten. Die nehme ich mit auf, da sich die Jungs viel intensiver mit den Unternehmen beschäftigen, wie jeder Privatanleger. Schauen wir uns doch mal an, was die Analysten zu Medical Property Trust sagen. Aktuell sagen 9 Kaufen und 4 Halten. Das macht bei mir einen Durchschnittswert von 4,4 von 5 Punkten. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 20,03 Euro angegeben. Dabei reicht die Spanne von 18,21 bis 22,87 Euro. Nehmt man den aktuellen Kurs und schaut nach der Differenz zum durchschnittlichen Kursziel, so beträgt dieser 2,57 Euro. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von 14,72%. Dafür kann ich 8 Punkte vergeben. Jetzt kommen wir zur Aktienanzahl. Hier sieht man, ob sich zukünftige Gewinne auf mehr oder weniger Aktien verteilen. Wir sehen hier leider, dass sich die Aktienanzahl jedes Jahr erhöht. Teilweise sehr stark. Man kann davon ausgehen, dass sich die Firma für neue große Zukäufe immer wieder frisches Kapital über neue Aktien besorgt. Das kennt man ja von Immobilienfirmen. Grundlegend gefällt mir das nicht, da ich lieber eine Reduzierung sehe. Aber da das Geld wohl in die Erweiterung des Geschäfts gesteckt wird, kann ich ein wenig damit leben. Daher vergebe ich 3 Punkte. Auf der nächsten Seite kommen wir zur Bilanz. Hier vergebe ich einzelne Punkte, die dann in dem Bereich Bilanz der Aktie im grünen Kästchen automatisch zusammengezählt werden. Fangen wir mal mit dem Umsatz an. Der Umsatz gefällt mir eigentlich gut. Jedes Jahr sehen wir hier eine Umsatzsteigerung. Teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Dafür vergebe ich einen Punkt. Das KUV ist natürlich weit über 1, was bei Immobilienfirmen aber normal ist. Andere Firmen aus dem Segment haben ähnlich Ruhe. Mal mehr, aber auch weniger. Daher vergebe ich hier mal keinen Punkt. Bei den Gewinnen sieht es gut aus. Wir haben jedes Jahr wachsende Gewinne beim EBITDA und EBIT. Und auch die Marge ist erfreulich hoch. Dafür vergebe ich den Punkt. Das KGV finde ich für eine Immobilienfirma ein bisschen zu hoch. Und daher vergebe ich hier keinen Punkt. Die liquiden Mittel finde ich okay. Und daher kann ich hier den Punkt vergeben. Schauen wir uns die Einkapitalquote mal an. Mit der Einkapitalquote von 43,67% kann ich gut leben. Und daher vergebe ich hier den Punkt. Ab zu den Schulden. Die Schuldenaufnahme wächst jedes Jahr massiv an. Klar für neue Projekte. Und das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man wachsen will. Dennoch finde ich die Steigerung etwas hoch. Ich vergebe hier mal keinen Punkt. Der Nettoverschuldungsgrad ist mit 11 in Ordnung. Medical Properties könnte die Schulden in gut 11 Jahren mit dem EBITDA-Gewinn komplett zurückzahlen. Hinzu kommt dann noch, dass die Schulden mit Immobilienwerten gut hinterlegt sind. Dafür gibt es einen Punkt. Zu den Dividenden. Bei der Dividende sehen wir in den letzten Jahren eine schöne Steigerung. Und dann noch die Höhe von über 5%. Das gefällt mir richtig gut. Dafür gebe ich einen besonders fetten Punkt. Die Ausschüttungssumme liegt aktuell bei 0,568 Milliarden Dollar. Das entspricht 481 Millionen Euro. Wir haben momentan ein Free Cash Flow für dieses Jahr von 1,016 Milliarden Dollar. Das entspricht 861 Millionen Euro. Wir sehen, dass die Ausschüttungssumme komplett durch das Free Cash Flow gedeckt ist. Und so muss das auch sein. Und dafür vergebe ich einen Punkt. Damit wäre die Bilanz zu Ende. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir erreicht haben. Ja, wir haben insgesamt 7 Punkte erreicht. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ab zu den Schätzungen. Schauen wir uns als erstes den Umsatz an. Beim erwarteten Umsatz sehen wir jedes Jahr eine schöne Steigerung. Und daher kann ich hier locker die 2 Punkte vergeben. Das gleiche gilt auch für die Gewinne. Auch hier sehen wir, dass jedes Jahr der Gewinn wachsen soll. Und daher kann ich auch hier die 2 Punkte verteilen. Nun zum KGV. Das soll sich dann auch noch jedes Jahr nach unten bewegen. Was ja klar ist bei den steigenden Gewinnen. Bis wir vom heutigen Kurs aus gesehen 2024, ja gut die 13,5 erreichen. Das ist okay. Dafür kann ich die 2 Punkte verteilen. Ab zur Dividende. Da würde ich mal sagen, volle Punktzahl. Jedes Jahr eine fette Ausschüttung und dann noch jedes Jahr eine Steigerung. Was will man mehr? Perfekt. Als letztes gehen wir noch zum Free Cash Flow. Das Free Cash Flow soll auch wachsen. Hinzu kommt die Höhe. Damit ist die Dividende durch das Free Cash Flow komplett gedeckt. Und damit ist für mich alles in Ordnung. 2 Punkte. Zählen wir auch hier die Punkte zusammen. 10 Punkte erreicht. Mehr geht nicht. Sehr gut. Nun zu den News. Bei den News interessieren mich vor allem die Nachrichten der letzten Wochen. Alles was davor liegt, ist zwar interessant, um sich ein Bild über das Unternehmen zu machen. Allerdings sind diese dann schon lange in den Kursen eingepreist. Daher betrachte ich eher kürzere Zeiträume. Schauen wir mal an, welche News wir bei Medical Property Trust finden. Und unglaublicherweise, wir finden keine. Bei den News konnte ich wirklich keine relevanten News finden. Wenn dann nur maximal Analystenmeinung oder Bilanzzahlen bzw. Schätzungen dazu. Na ja, keine News sind besser wie schlechte News. Und daher vergebe ich hier zumindest 5 Punkte. Nun zu den Insider-Trades. Jetzt wird es ein bisschen übel. In diesem Jahr haben Führungskräfte schon mehrmals Aktien ihres Unternehmens verkauft. Teilweise wirklich sehr hohe Beträge. Insgesamt sind wir 2021 schon bei über 20 Millionen Dollar angekommen. Das ist jetzt keine Ausnahme. Auch die Jahre davor sah es so aus. 2020 und 2019 hat man die gleichen Größenordnungen gesehen. Das gibt mir kein großes Vertrauen. Und daher vergebe ich hier 0 Punkte. Kommen wir zum 4. Greed Index. Dieser Index findet weltweit eine große Beachtung und gibt einen Überblick über die aktuell vorherrschende Emotionen am Markt. Erstellt wird der Index übrigens von dem US-amerikanischen Felsesender CNN Business. Aktuell liegt der Wert bei 23. Und daher berechne ich hier 8 Punkte. Nun zum Währungsrisiko. Der Dollar wird aktuell stärker. Man kann bei der Währung bis zu 10% an Schwankungsbreite einrechnen. Aktuell befinden wir uns an der Unterseite einer gut einjährigen Seitwärtsbewegung. Daher vergebe ich hier 7 Punkte. So, kommen wir zu meiner Meinung. Grundlegend gefällt mir das Unternehmen eigentlich ganz gut. Allerdings sind die Charts in einer etwas angespannten Situation. Hier würde ich eher einen Ausbruch abwarten. Die Analystenschätzungen sehen dann okay aus. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass die Aktienanzahl sich jedes Jahr teilweise stark erhöht. Man kennt das zwar von Immobilienfirmen, aber der Anstieg geht mir etwas zu schnell. Man sieht aber, dass die mit dem eingesammelten Geld arbeiten. Der Umsatz steigt jedes Jahr genauso wie die Gewinne und die Dividende, aber auch die Schulden. Auch hier packt Medical Properties jedes Jahr eine Schippe drauf. Alles ist aber noch in einem handelbaren Bereich. Die Schätzungen sehen auch für die nächsten Jahre vielversprechend aus. Gerade als Dividendenjäger kann man sich auf eine sehr hohe Ausschüttung freuen. Leider gibt es aktuell keine News, die einem zeigen, wohin der Weg in die Zukunft für das Unternehmen führt. Auch, dass sich die Führungskräfte jedes Jahr Millionen Dollar über Aktienverkäufe einsacken, ist eine Sache, die mir nicht schmeckt. Wenn man doch in einem guten Unternehmen ist und hohe Dividenden kassiert, warum verkauft man dann in so einem großen Stil? Und das ist nicht nur einer, das sind mehrere Leute. Also insgesamt erscheint mir das Unternehmen als in Ordnung. Es gibt aber ein paar Punkte, die mich wirklich stören und daher vergebe ich hier 5 Punkte. Damit sind wir mit der Analyse fertig. Schauen wir uns mal die Punkte genauer an. Dafür schalte ich jetzt mal auf die Auswertungsseite. Hier sehen wir, dass mein Pool sagt, ich kann 612 Euro, also 61,2% von meinem maximalen Startbetrag in das Unternehmen investieren. Der maximale Investbetrag liegt ein bisschen höher, sogar bei 1.974 Euro, was 65,8% entspricht. Das sieht eigentlich so ganz in Ordnung aus. Grundlegend sieht Medical Property Trust nicht schlecht aus. Leider gibt es ein paar Punkte, die mich wirklich stören. Bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass es ein Klumpenrisiko bei der Mieterverteilung gibt. Es gibt aktuell wohl drei große Mieter, die für gut 50% des Umsatz sorgen. Der Rest wird dann auf mehr Mieter verteilt. Das ist insgesamt nicht wirklich schön. Falls mal was passiert, dass zum Beispiel einer der großen Mieter pleite geht oder nicht mehr mit Medical Property Trust zusammenarbeiten möchte, dann kann es zu immensen Umsatzeinbrüchen kommen. Gut, die Mietverträge laufen noch lange, aber falls mal einer pleite geht, helfen lange Mietverträge auch nichts. Ich will nicht schwarz sehen, aber man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen und das Beste hoffen. Nehmen wir mal wirklich an, einer der großen Mieter fällt weg. Dann ist die Frage, wie schnell die freigewordene Fläche wieder vermietet werden kann. Bei so großen Einrichtungen kann es dauern, bis ein adäquater Ersatz gefunden wird. Eine Klinik wird schließlich nicht bei Immoscout aufgesetzt und innerhalb von ein paar Tagen an den nächstbesten vermietet. Es gibt keine große Klientel für solche Objekte. Wenn Sie dann keinen anderen Mieter finden, müssen Sie sich was einfallen lassen und eventuell einen anderen Nutzen dafür finden. Also alles nicht so einfach. Ich habe im Umfeld bei uns mitbekommen, dass ein großes Warenhaus frei wurde. Der Besitzer muss das Gebäude jetzt umbauen, um es zeitgemäß zu gestalten und nach den heutigen Mieterbedürfnissen umzubauen. Die ganze Sache soll gut zwei Jahre dauern, bis dann die neue Öffnung ansteht. Das sind zwei Jahre ohne Mieteinnahmen mit weiterlaufenden Nebenkosten und immensen Renovierungs- bzw. Sanierungskosten. Wie gesagt, ich will nichts schwarz sehen. Eventuell geht ja alles gut und die Mieter bleiben noch für Jahrzehnte in den Gebäuden und zahlen jeden Monat fleißig ihre Miete. Dann macht man wohl nichts falsch mit dem Unternehmen. Bei einer langfristigen Investition muss man aber langfristig denken und bestehende Risiken mit einkalkulieren. Und ein Klumpenrisiko bei den Mietern und das bei so großen Gebäudekomplexen kann ich nicht komplett ignorieren. Aktuell sieht alles gut aus, ohne Frage. Es ist eine schwierige Sache. Dann finde ich den Wert aktuell mit dem KGV von 20 ein wenig teuer. Ich würde mich bei 15 bis 16 Euro besser fühlen. Gerade wenn man Risiken sieht, sollte man einen Abschlag einrechnen, um das Risiko besser abzufedern. Also, wie gesagt, schlecht finde ich die Firma nicht. Die Schadtechnik sagt mir aktuell aber auch, dass es noch etwas runtergehen könnte. Wenn das passiert, dann würde ich mich wohler fühlen. Ich setze den Wert mal auf die Watchlist. Kommen wir in den Bereich von 16 oder sogar 15 Euro und sind die Newslage und die Bilanzen okay, wovon man bei dieser Firma ausgehen kann, dann werde ich wohl eine kleine Position in dem Bereich, was mein Tool mir vorgeschlagen hat, aufbauen. In der Zwischenzeit schaue ich mir noch andere Immobilienfirmen an. Vielleicht gibt es ja noch etwas Besseres. Wenn nicht, habe ich ja diese Firma immer noch in der Rückhand. Ich hoffe, die Analyse hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Das würde mir helfen, den Kanal ein wenig bekannter zu machen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das auch, damit ihr keine Videos verpasst. Ich suche jetzt mal die nächste Aktie raus, die ich analysiere, denn schließlich wird mein Depot ja noch weiter ausgebaut werden. Bis zum nächsten Video. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch-Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!